Adlerträger feiert! Eintracht, Eintracht, hier ja, hier ja! Eintracht Frankfurt hat einen neuen Trainer gefunden und bestätigt, der in der kommenden Saison für eine unglaubliche Wende sorgen kann. Ihr müsst die beeindruckenden Gründe für diese Verpflichtung kennen und verstehen, warum so viele Erwartungen damit verbunden sind. Drückt den Like-Button, wenn ihr echte Herzblut-Fans unseres geliebten Eintracht Frankfurt seid. Dino Topmöller ist der Name des Trainers, der Oliver Glasner bei der SGE nachfolgen wird. Mit 42 Jahren hat er bereits seine Kompetenz als Co-Trainer bewiesen und ist nun bereit, das Team aus Frankfurt zu führen. Doch was macht Topmöller so vielversprechend für den Verein? Außergewöhnlich starke zwischenmenschliche Fähigkeiten, seine Fähigkeit, sich mit den Spielern zu verbinden, ist beeindruckend, und seine Erfahrung beim F91-Dudelingen in Luxemburg hat ihm auch gute Französischkenntnisse verschafft. Dies könnte ein Anreiz sein, um Schlüsselspieler wie Randall Kolumwani zu halten. Disziplin-Fanatiker und Experte für Spielstandarts, die Schwäche von Eintracht Frankfurt in der letzten Saison war das Fehlen von Spielstandarts. Topmöller ist detailbesessen und legt großen Wert auf taktische Feinheiten. Seine Expertise bei Standardsituationen und sein Fokus auf Disziplin und Entschlossenheit der Spieler werden sicherlich signifikante Verbesserungen für das Team bringen. Fokussiert auf Pressing, Topmöllers Spielphilosophie passt perfekt zur Mentalität von Eintracht Frankfurt. Seine Vorliebe für intensives Pressing und schnelle Umschaltmomente passt gut zu den herausragenden Spielern wie Randall Kolumwani, Omar Mamosch, Jesper Lindstrom und den offensivorientierten Außenverteidigern. Mit diesem Fähigkeiten-Set ist die SGE bereit, positive Ergebnisse zu erzielen. Taktische Vielseitigkeit, er ist flexibel und kann je nach Situation zwischen einem 3- oder 4er-Kettensystem wählen. Diese Anpassungsfähigkeit ermöglicht es Eintracht Frankfurt, verschiedene Strategien zu nutzen und das Potenzial der Spieler optimal auszuschöpfen. Dino Topmöller ist eine vielversprechende Wahl für Eintracht Frankfurt. Seine Spielphilosophie, die auf Pressing, Spielverlagerung und Betonung individueller Fähigkeiten ausgerichtet ist, kann den Verein zu neuen Erfolgen führen. Markus Krösche ist zuversichtlich in seinen Erfolg. Macht euch bereit für eine spannende Saison voller großer Momente. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr von dieser neuen Verpflichtung haltet. Gefällt sie euch? Ja oder nein? Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um weiterhin alle Neuigkeiten von unserem Eintracht Frankfurt aus erster Hand zu erhalten. Hm.